Ihr könnt unter Hank'n Setup, könnt ihr eure Setups reinschicken. Hashtag Hank'n Setup. Wenn der Hank'n wieder zu und widerstehlich aussieht, dann wird auch mal hier zu diesem Hilfsmittel-Tier gegriffen. Haben wir hier... Oh, Digga, was ist das denn? Alter, hast du dieses Logitech-Lenkrad? Alter Schwede. Okay, das war ein bisschen... Weiß ich nicht, was das für eine Frage sein sollte. Offensichtlich hast du es. Den Monitor... Ohne Witz, den Samsung-Monitor hat doch irgendwie jeder, oder? Den Samsung-Monitor hat doch legit jeder, einfach. Boah, reicht dir das von der Tischfläche her? Siehst du schmal aus, ne? Aber du hast halt viel... Die fliegt auch viel rum, ne? Ist halt... Ja, aber es ist für ein furchbares Hintergrundbildes. Aber es sieht clean aus, hast du... Da hast du nichts wenig drauf. Auch besonders toll gefällt mir der Topf unter dem Bildschirm. Ja, fett. Passt. Reicht. Läuft. Hier noch schön die Potte. Ah, da ist ein Zehner drin. Da ist ein 5er-10er. Alter, der Stuhl. Sieht aus wie aus so einem Architekturbüro. Also das Setup, Freunde. Ach, hast du hier... Ah, ich see what you did. Hast du quasi von Ikea diese Schenkel genommen. Ich glaube, das ist Ikea. Diese Regale. Und da hast du einfach ne... Ne Arbeitsplatte, ne Küchenarbeitsplatte draufgelegt. Finde ich geil. Sieht nice aus. Vor allem, dass es so glatt aussieht. Das ist richtig... Ah, ein Egg-Setup. Hatte ich auch mal ne lange Zeit. Das ist ne Rocket East Crew. Hatte ich auch ne lange Zeit. Seht ihr hinten noch in der Ecke? Die guckt da raus. Ah, hier wohnt ein Typ, Alter. Das sieht man richtig. Hier wohnt ein Typ. Oh, das Kalimani-Ding finde ich aber geil. Das sieht nice aus. Ist hier so mit LEDs dran und so? Oder was ist das hier? Der Goat, schau mal alleine hier. Ey, du King. Das ist ja einfach nur geil. Aber ich kann... Irgendwo fühle ich das. Wir waren alle mal an dem Punkt. Alle Kerle waren mal irgendwie an dem Punkt, oder? Alle waren mal so. Oh, hier aus Büro. Aus Büro, der feine Herr. Geil. Sweet Auto, Alter. Sieht cool aus. Ah, falsch. Hier noch Daisy in einem Stand drin. Die Controller an der Wand. Hier schön mit Lichterketten noch alles. Ja, simpel, aber... Simpel, aber es tut, was es soll, ne? Alter, Ausblick ist ja geil. Ja, clean. Ich bin ein großer Fan von diesen Box-PCs, tatsächlich. Aber ich vermute, dass es einer ist. Wenn nicht, korrigiert mich. Der Heger ist richtig cozy, aber der Tisch, warum steht denn der Tisch so? Hast du da irgendwie noch was hinten rausgekrümelt? Musst du da noch mit dem Staubsauger durch, oder warum steht er so? Oder ist der Tisch einfach so komisch geschnitten? Ah, hier haben wir nochmal einen von der Laptop-Fraktion. Ach nee, es ist alles der Arbeitslaptop, oder? Safe. Sophia, natürlich. Natürlich. Auf Classic, einfach. Laptop raufgeschmissen. Und yalla. Oh, ne richtig schöne Rummelbude. Jungs, ihr räumt immer für die Bilder schön eure Zimmer auf. Was ist das denn hier? Das finde ich einfach ehrlich. Entstellt ehrlich. Telefon hier. Ne Wii U noch. Alter Schwede, prähistorisch. Irgendwelche anderen Süßkran. Teller von vorgestern. Ist das ein Äpfel da hinten? Was ist das? Oder ist das Äpfel oder Chips oder irgendwas undefinierbares? Den wollte ich unbedingt angucken. Digga, was ist das denn geiles? Alter. Digga, voll die Höhle. Krass. Das sieht richtig krass aus. Sieht aus wie im Spaceship. Vor allem, ich finde es geil mit den Pflanzen hier. Das finde ich... Das sieht wahrscheinlich am Foto und das sieht so hell aus. Also grau, so. Als wenn da irgendwie... Als hättest du da so ein Blatt Papier reingelegt. Ah, hier noch ein Monitor oben. Schick. Vielleicht so als Fernseher umfunktioniert oder sowas. So ein Naruto und so, ne? Das Case ist crazy. Das hat Jan auch jetzt. Also Jan Jausmeyer. Äh, Suikun und Entei in diesen Dingern finde ich auch irgendwie cool. Das ist ja übel lang, ne? Auch. Sehe ich auch gerade... Heftig. Okay, weiß ich nicht. Sieht aus gerade wie Räumungsklage hier. Was ist denn mit dem Bildschirm hier? Was ist denn da passiert? Aber schön groß, geräumig. Also... Ist es glaube ich, wenn es aufgeräumt ist. Paul McCartney Poster. Sympathischer Mann. Sympathischer Mann. Ganz ehrlich, wäre hier einer mit Paul McCartney um die Ecke kommt, mag ich den direkt. Dann mag ich den direkt. Ja, doch mein Level. So soll es sein. Minecraft offen. Ist da alles, was man braucht. Boah, clean. Clean SL. Ach, alles an einem Stand, den jetzt angezwiggelt. PC offen. Geil. Einfach nur geil. Sehr geil. Was ein Setup. Gottesgleich. Hier die Hauspantoffeln. Natürlich das Tyski hinten. Ach, Fox, Mann. Oh, ist schön fuchsi aus seiner Studentenbude hier. Hier mit dem Tyski-Bier alles abgearbeitet. Faktor wieder drinne. So eine kleine Ecke hat er da. Das habe ich auch mal überlegt. So ein Kopf, so ein Skulpturkopf und da Hetzter drauf setzt und sowas. Versteifte sich den Nacken vom Hochgucken. Ja, ist halt auch so eine Frage wieder, ne? Aber an sich sieht es cozy aus. Auch in der Pflanze hier. Den hast du die Custom-Vacue, oder was ist das hier? Aber hier ist ein Glas. Glasplatte und so. Dürfte ich nicht. Weil sonst... Einmal den und... Mein Arm ist ab. Ah, way. Jetzt traf ich das. Der PC ist im Tisch drin. Oh, lol. Hier sind die Lüfter und so. Ah, Uhr 0. Aber hier hast du ein kleines Midi-Keyboard und so. Hey. Schillig, Digga. Ah, hier haben wir Kevin. Hier ist eine Botten hier. Schön, Tisch. Oh, rustikaler Tisch. Digga hier auf professionell. Tastalot zur Seite, damit er mehr... Besser einen Grip hat. Ist er irgendein Wild mit dem Monitor unterwegs? Alter, hier sogar mit Greenscreen. Geil. Ja, nochmal. Hier hatte ich... Ey, das hatte ich auch. 4 zu 3 Monitor. Safe. Ist das real, dein... For real, dein Setup? Weil wenn ja, respect, sieht krank aus. Oder du hast es irgendwo von Google geklaut. 10er, wenn das real ist. Ja, glaube ich nämlich auch. Ah, 10, 10. Ja, ich habe es, glaube ich, für sich nicht aufgemacht. Äh... Bitte. Hier hat das was geil mit beleuchtet. Jetzt sind diese, ähm... Die von... Von Philips News, das solche Dinge. Diese, äh... Na, die indirekten Beleuchtung da. Oha, hier, guck mal. Wir haben es in allen Konsolen. Das finde ich geil. Das ist cool. Das ist noch ein... Äh, das ist noch ein DS Lite, ne? Oder ist die Sorge, weil es ist ja genug... Genügend Bilder da. Also, ja, Real Talk. Ja, so ihr habt komplett krank. Abgerissen. So, sind hier fleißig am Lernen. Der Student, was studierst du? Oh, schöne Bilder. Schön gefiltert. Hier, filtert. Ist das bei dir so löd? Das sieht immer viel größer aus. Ja, und ist da jetzt der PP. Was hat er hier? Schön aufgeräumt. Ja, läuft doch, läuft. Killer Cookie. Ja, alles klar. Guter Joke. Ja, hier auch fleißigen, fleißig. Ist ein Lerner hier. Bildschirm schön an die Wand gelegt. Keine Ahnung, was eure Missionen da beim Tapeten streichen war, aber... Sieht wild aus. Dann gäbe sich das Setup aus, als wenn einer rauchen würde. Joke. Ja, dann wäre ich... Ich würde sagen, wäre es mal durch mit dem Bums heute. Aber vielen Dank, dass ihr so viel reingestellt habt. Holy shit, das war übel viel Stuff. Das war übel.